Wer hätte das gedacht? Wer hat daran geglaubt? 25 Jahren war der Anfang gewacht. Lang ist's her, viele von uns waren dabei. Wir denken an die, die heute fehlen. Dein Ruf wird heute weltweit gehören. Es geht auch anders. Herzlichen Glückwunsch Wieland Speck und Mabel Ascheneller für 25 Jahre erfolgreiche Arbeit. Ihr habt einen super Job gemacht. Danke, danke, danke für diese wunderbare Leistung. Viele können sich noch daran erinnern, wie es vor 25 Jahren war. Das war ganz klein, das war ganz bescheiden. Und ich glaube, man hätte nicht geglaubt, dass der Teddy ein fester Bestandteil des Internationalen Filmfestivals Berlinale werden wird. Heute ist das der Fall und das ist ein riesiger Erfolg. Es ist vor allen Dingen ein riesiger Erfolg deshalb, weil vieles erreicht werden konnte. Der Teddy und die Berlinale, sowohl der Wettbewerb wie auch Panorama und Forum sind immer eine Plattform auch für die politische Auseinandersetzung, für den Kampf um Gleichberechtigung, für Demokratie, für Freiheit, für gesellschaftliche Veränderung. Und dies in allen Ländern dieser Welt. Vor allen Dingen in diesen Ländern, wo Freiheit ein Fremdwort ist, wo Menschen bedroht werden, nur weil sie anders sind als eine vermeintliche Mehrheit. Wo Schwule und Lesben um ihr Leben fürchten müssen, nur weil sie ihre Freundin, ihren Freund lieben. Und deshalb ist es so wichtig, den Teddy zu haben als fester Bestandteil der internationalen Filmfestspiele Berlinale hier in Berlin und darauf sind wir besonders stolz. Wer hätte das gedacht, wer hat daran geglaubt, vor 25 Jahren war der Anfang gewacht. Und lang ist es her, viele von uns waren dabei, wir denken an die, die heut' fehlen. Dein Ruf wird heute weltweit gehört, es geht auch anders. Wir brauchen ein Platz, wo wir werden, wir werden, wir brauchen ein Platz, wo wir werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017